Ach ja. Oh mein Gott, warte, ich muss mal kurz nebenbei gucken, ob ich noch Platz auf die Platte habe. Na gut. Alter. Ich habe vorhin schon über 100 GB auf eine extra Festplatte drauf geschoben, also mit CA aufnehmen und mein Kraft. Ich habe die lustige Idee gehabt, dass ich mir eine SSD-Festplatte kaufe und darauf Windows drauf mache. Das ist dein Laptop. Das wäre dann auch wahrscheinlich ein bisschen besser, oder? Ähm, für? Hm? Für was war meine? Ich habe jetzt kaum gemacht. Ja, dass ich den USB-3.0-Anschluss verwende, um darauf die Videos zu machen auf eine externe Festplatte. Dann halt in den PCN-SSD reinmache. Halt fürs schnellere Abschweichern. Ja, dann. Na ja, gut. Kann man so oder so. Toi, wie machen wir das mit dem Raum? Das ist doch ein bisschen blöd, wegen der Wand hier. Weiß ich nicht. Wir können hier... Der Rüsch kann man ja trotzdem die Wand hier abreißen. Da haben wir halt da. Dann setzen wir, glaube ich, hier holz hin, oder? Dann sitzt mal. Aber warte, ich hole dir noch ein bisschen... Oder warte, reicht das? Ja, hier holz hin. Du hast auch da unten das Holz aber zu sichert. Bring ich dir noch ein bisschen was holen. Und... Bei... Satz. Ich muss mal den Raum, die es ein schönes Sikron haben. So, Axt. Ich hab ein volles Inventor-Macking irgendwie. Nur ein bisschen. So, das kann ich nun kurz entfernen. Ne? Also... So, zack, 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 zack. Ah, in dem Boden muss da noch was. Warte, das... Das mach ich grad mal. Das mach ich grad mal. Irgendwie sehe ich nicht um den Boden. Ähm... Ja, ich weiß, ich mach das mit der Spitzhacke. Komm, mir war ein bisschen zuvor. So. Na ja, das mit der Spitzhacke klingt ein bisschen blöd. Ja, ist aber nicht so schlimm, oder? Naja, warte mal. Oh, äh, die Decke ist noch nicht richtig. Die muss ich auch noch machen. Das ist von normalem Holz. Moment. Braucht man hier noch ein bisschen Holz drücken. Weil wir es uns leisten können, ne? Ja. Also... Wie teilt das ein bisschen besser aus? So, ja, gut. Da kann sich keiner beschweren. Und zumindest nicht immer. Kann ich denn hier irgendwas decken? Nein, kann ich nicht. Eus. Muss man was langsam essen. Niemals. So, ich baue mal eine Truhe, wo nur Koppels zu unserer... Warte mal, wollen wir mal noch einen Lagerraum bauen? Ja, wahr? Ja. Ich baue mal in der Zeit ein paar Kisten. Also, sind hier noch Vieches draußen? Sieben Kisten müssten ja erstmal. Naja. Sieben Kisten. Wo bauen wir mal einen Lagerraum? Wir bauen ja irgendwie im Grunde alles nach unten jetzt, oder? Ja, warte, ich hole mal gerade ein bisschen... Halt? Nein? Nein, nein. Sand? Ambos. Ja, okay. Weil ich habe hier gerade noch ein bisschen was gesichtet. Ja, kein Problem. Kannst du gerne machen. Meine Güte, wir haben schon halb drei. Ja. Das ist so schön. Das sind wohl ja nicht schlummern wie ein Bär. Hm? Mensch, dann schlaf ich. Lauf. Wann willst du noch... Ja, keine Ahnung. Wollen wir denn die Aufnahme wenden? Keine Ahnung. Ach, da waren die Augen, oder? Wollen wir mal, was habe ich denn hier noch? Oh. Oh. Oh, was ist es jetzt? Mac F hier hat böse Gesichtet. Wie immer. Na gut, denn... Wollen wir mal, was machst du jetzt? Ich pflanze noch ein bisschen Wambus an. Wollen wir mal aufhören heute? Also für jetzt? Okay. Ja, ich würde sagen, was wir heute geschafft haben, ist eigentlich schon viel. Eigentlich schon viel. Dann machen wir nachher, also sprich heute Abend, Lagerräume und alles. Das heißt, wann soll ich onkommen? Wann? Was? Wann soll ich wieder onkommen? So früh wie möglich. Ja, ich muss dann gucken, vielleicht kann ich heute mal so früh ab halb sieben kommen. Ich muss aber nochmal gucken. Ja, okay, wäre angebracht. Ja, gut, ich kann erst ab um 19 Uhr, weil halb sieben gibt es bei mir am Boot. Ja, dann machen wir doch mal um 8 Uhr. Na gut, ist besser als halb zehn. Ja. Denn, Schauleute. Ja. Komm mal hin. Scheiße. Wo bist du jetzt? Im Haus. Da, wo die Betten stehen. Was hast du gemacht? Ach du Scheiße. Die Falltüren passen echt nicht. Hm? Die Falltüren sehen ja echt komisch aus. Ja, aber es ist besser, als wenn wir die ganze Zeit Blöcke hinsetzen mussten. Ja, schon. Stimmt, stimmt. Ja. Ich bin wohl nur am Nörgeln. Es ist, weil ich nicht ausgeschlafen habe. So, ein Bambus. Oh, Geheiliger. Aus meiste Zuckerrohr, nicht Bambus. Ja, das kann man auch verwechseln. Ja, ich weiß. Ich habe auch immer Zeit lang Bambus gesagt, wenn sage ich ab und zu mal links, dann sage ich ab und zu mal das. Und, ja, könnt ihr gerne mal sagen, was wir heute machen? Hm? Könnt ihr gerne mal sagen, was wir gleich machen? Ja, für machen. Das Lager, die Lagerhalle, oder wie wir es nennen wollen. Ja. Ja, soll die intern sein oder extern, also sprich draußen oder drinnen? Ich würde sagen, auch in. Richtung, wo immer was runter bauen, überall Räume. Aber ich habe auch noch eine Idee, was wir machen können. Hier ist doch so eine kleine Insel, gell? Da können wir auch ein Haus drauf bauen. Haus am See, boah? Ja. Können wir nachher auch machen. Ja, muss ja nicht unbedingt jetzt sein, kann auch. Versuch, die Tür zu angeln. Nein, hör auf. Au! Oh, scheiße. Ich habe eine Angel in meiner Fresse gehabt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Ja, ich würde sagen, wenn das funktioniert. Aber auf mich in meinem Gesicht zu angeln. Nein. Moment, eine Schraubel habe ich doch auch ja. Warte mal, ich habe jetzt 34 Zuckerrohr. Oh ja, ich habe hier irgendwie so gemacht. Nein. Hab doch. Ja, auch noch. Gut. Ich baue mal hier einen kleinen Weg aus die Krawelle. Okay. Er hat es schon gestartet. Ja, ja. Ich habe das vorhin gesagt bekommen. Du hast bestimmt noch nicht gecheckt. Ich habe noch gerade nichts gecheckt. Was anderes halt nicht? Ja, warte, kommst du mit ins Bett? Ja, warte, ich mache gerade noch ein paar Bücher. Ich meine nur. Nicht, dass hier irgendwelche Monster in der Nähe kommen und uns durchs Fenster beobachten und uns spannen. Ja. Spanner. Ja, Spanner-Monsters. Und ich laufe mit der Bibel ins Bett. Ach, nein. Kreuz dich, die. Ach, du Eiliger. Danke. Ähm, was essen sollte ich auch, Timmy? Ich habe mal Apfel. Ach, du Scheiße. Einmal, ähm, Bücherregale. Ach, der Portalraum sieht so niedlich aus. Ja, ich weiß. Die ganzen niedlich. Da ist die Atmosphäre. Ich weiß, wie viele Bücherregale wir haben. Drei. Wow. Ja, ich weiß nicht. Übrigens wollte ich noch sagen, dass die Melonen endlich gewachsen sind. Ja, würde ich auch gerade. Habe ich gerade auch genannt. Ähm, soll ich... Warte mal. Soll ich den Tisch hier mal zum Skillen mal umsetzen? Oder ein extra Raum machen? Aber wir machen später extra Raum wegen Bücherregalen. Und dann lassen wir erstmal noch einen kurzen Abzug stehen. Ich, ich lager die Bücherregale malen. Zip, 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 zack. Ich gehe noch mal angeln und guck, wie viele Fische ich fange. Bin durch die Tür gelegt. Warte, wenn du gesagt hast, dass es was weh getan. Ein Zombie kann ich auch angeln. Theoretisch kannst du es. Du kannst Creeper angeln, du kannst Zombies angeln, du kannst dies und das angeln. Und auch Fische. Ja, Fische ist auch sehr langweilig. Okay, den Tisch lassen wir mal so stehen. Oh, ein Erfahrungslevel. Was kann ich damit machen? Was kann ich damit machen? Was kann ich damit machen? Ich gehe mal an eine Melone. Hm. Alter, das ist doch scheiße zu angeln. Jetzt habe ich kein Bock, ne? Ja, du brauchst dich doch nicht an. Nein, ich lager durch die Tür. Achso, Creeper. Hm, Creeper. Ja. Wir haben hier zwei im Lager, die kann ich dir gleich geben. Und sonst nichts. Okay, ja, gut. Sehr nicht schlimm. Warte. Moment, danke. Hättest du das nicht eigentlich eine Etage tiefer bauen müssen? Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gebaut. Ja, gut, ich schätze jetzt auch gerade. Mist. Fertig gepennt. Das sagt gerade ein bisschen mit raus. Ja, ich habe ein bisschen gepennt. Auch noch ein bisschen. Wie sagt das noch, früher Morgen? Ich bin noch nicht allzu lange da. Ja, weil zwölf ist noch früher am Morgen, finde ich. Bei mir ist erst zwöl mitten in der Nacht. Oh Mann. War doch gestern doch ein bisschen lang. Ja, ich finde, das passt eigentlich. Wäre sonst noch länger wach geblieben. Vielleicht meine ich auch, aber ich habe schon gehört, wie der erste von meinen Eltern rumgegeistert ist. Also aufgewacht ist. Ja. Ja. Aber da lag ich ja zum Glück schon im Bett. Das Ärger würde ich mir nicht unbedingt anhören. Ich würde die dann sowieso noch aufgreifen. Ja, 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 ja. PC-Verbot, diesen jeden. Gut, wir sollen ja in Lagerraum passen, ne? Ja. Oder wir... Da muss auf jeden Fall eine Kiste für Werkzeuge hin. Kiste Werkzeuge, Kiste Stein, ja, ja, ja. Apropos Kisten, hatte ich nicht gestern welche gebaut? Ach ja, also... Nein, ach so, du hast Kiste gebaut, wie viele denn? Sieben. Oh, warte mal, wir haben... Ich bin hier im Inventar, out of Holz, wie viel haben wir eigentlich noch? Puh, oh... 38, ähm, Holz ist hier drin und hier ist... Na gut, das reicht doch. Reicht noch, ja. Na gut, wie gesagt, dann müssen wir ab und zu machen. Wenn man gerade nichts unbedingt zu tun hat, mal ein bisschen Holz fällen. Ich hab ja vorhin auch, äh, würde auch ein bisschen Holz gefällt. Also, was heißt denn vorhin, also eben? Du brauchst hier im Ofen, äh, ich hab hier dabei jetzt zwei gebraten, Fische und Viehbrot. Wenn du was brauchst, muss sagen. Okay, nee, ich hab Elfenmelonen, also die sollten ja halt ein bisschen reichen. Oh, äh, ist schon gar ohne Melonen. Nein. Meinst du, was passiert irgendwas, wenn ich Melonen in den Ofen lege? Haben die geoffert oder so? Nee. Willst du die Melonen nicht mehr nachpflanzen? Warum halt doch. Oder wie meinst du es nachpflanzen? Dir wechselt auch schon mal eine. Oder du kannst ja auch mehr, ähm, sonst du brauchst nur, ähm... Ja, du weißt doch, wie man Lohnsichts macht, oder? Ja, ja. Meinst du? Ja, ich hab hier ruhig weg. Und zwar. Und zwar, gut. Ey, du musst mal bedenken, wie das, äh, vorher aussah, hier. Ja, ja. Einfach so mal einen Berg reingehauen. Aber das war ja eigentlich nur ein Berg, wegen Steinfarben. Wir wollten eigentlich nur Steinen haben, aber dann haben wir es genommen. Ey, komm mal her. Was? Was? Okay, ja, scheinlich. Ja, was ist los? So gut, das ist erledigt. Boah, alter, die Tür nervt. Muss irgendwie umgebaut werden, die Gimeln schauen. Neher Tür. Geht doch. Geht doch. Sie kommen in den Biss, weil mir die Gimeln... Wollen wir noch was draußen machen? Da wird eigentlich immer noch ein Lagerraum, was ist denn? Ja, ja, ist gut, dann können wir mal ein bisschen Gravel und alles Pipa-Po sammeln. Ich hoffe, Pipa-Po zu sein, sonst gewöhn ich mir das auch wieder an. Ein bisschen Sand kann man auch mitnehmen. Sand kann man immer gebrauchen. Ja, wenn man ein Glas nachher baut, was wir ja auch noch bestimmt irgendwie werden, mal gucken, was wir eigentlich alles noch zu bauen. Haben wir eigentlich große Bauprojekte irgendwie schon geplant? Nein, also das Einzige, was ich machen wollte, war auf der Inselnhaus machen. Aber wir können vielleicht, ja, wie ich es gesagt habe, eine Festung bauen. Du hast eine Festung erwähnt? Wann? Ja, ich habe gestern eine Festung erwähnt. Weißt du, auch mit diesem TNT-Kanon? Ach, ja, 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 stimmt, 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 ja, ja, gut. Lauf mir doch nicht weg hier. Tue ich doch gar nicht. Findest du mich noch? Ja, ich sehe dich noch. Ich habe einen Gravel gefunden. Ich habe einen Gravel-Visier. Gravel-Visier. Okay. Oh, wir können gleich hier noch ein bisschen Kohle mitnehmen, weil ich habe gerade Kohle gesehen. Naja, ich glaube, das ist hier auch noch eine Höhle. Nein, nicht in der Höhle. Hier. Oh, und da rum ist das Eisen. Das lasse ich doch nicht liegen. Nö, nö. Lassen die Eisen liegen. Ich sehe Lava. Die Gravel hast du jetzt? Ich sehe Lava. Wo bist du? Hier hinten. Bist du nicht mal Macker? Ich würde mir mal einen Eimer Lava mitnehmen. Da haben wir in der Engzeit auch gebrauchen. Oh, hier ist Eisen. Ein bisschen gebrauchen, ja. Hier unten auch. Da hinten glaube ich auch. Aber ich sage mir erstmal noch 20 weiter. Da sind wir Eisen, habe ich Eisen mit? Natürlich. Wir müssen es bei allen. Ich glaube, es wird gleich warten. Ich glaube, es wird gleich warten. Ja, wegen der Nacht. Wann diese Kleine haben? Wir haben Rüstung. Wir halten das schon mal mehr aus. Ja, so wie ich gejagd wurde und gestorben bin. Ja, da war man nur ohne Rüstung. Verdammt. Verdammt! Was? Ach, ich habe keinen Link mehr gehabt. 2.